Sie brauchen für Ihr geplantes Projekt noch die geeignete Gasfeder? Der Konfigurator von ACE macht es Ihnen sehr einfach, schnell Ihre perfekte Gasfeder zu finden. Entscheiden Sie, wie ob Gasdruck oder Gaszugfeder und wählen Sie Ihr gewünschtes Material. Dann geben Sie Hub- und Ausschubkraft ein und anschließend den Durchmesser des Außenkörpers. Welche Anschlussteile brauchen Sie für Ihr Projekt? Natürlich ist auch das passende Montagezubehör konfigurierbar. Jetzt fehlt nur noch die gewünschte Anzahl. Das war's schon. Sie können Ihre Konfiguration über den Warenkorb abschließen. Wie gewohnt stehen Ihnen die gängigen Zahlungsmethoden zur Verfügung.